Peace, Freunde, was geht und willkommen in Hongkong. Hongkong. Diese Stadt ist einfach nur magisch. Und das Essen? Oh, my God. Eine Einmischler-Stern-Peking-Ente, für die ich jederzeit wieder um die halbe Welt reisen würde. Ich habe keine bessere Ente in meinem Leben gegessen. Ey, diese Beef-Brisket-Nudeln, weil alles so schön ölig und fettig ist und tasty einfach. Dann die Dim Sum. Einfach so schön, um sie zu essen. Boah, dieses Chicken. Ein Wort, Leute, ein Wort. Glazed. Und die mit Abstand leckersten Cocktails meines Lebens. Oh, fuck. Dude. Hongkong ist einfach nur crazy. Damit wir aufwendige und kostenintensive Produktionen wie diese erst umsetzen können, wird dieses Video unterstützt von Scalable Capital. Scalable Capital ist nicht nur mein persönlicher Broker, sondern der von bereits über 600.000 Kunden und Kundinnen und aktuelle Empfehlung von Finanzfluss. Ich habe damals übrigens selbst ein Finanzfluss-Video gesehen, wo Scalable Capital damals schon Testsieger war und was mich direkt überzeugt hat. Sagen wir so. Mit Scalable Capital könnt ihr super einfach in Aktien und ETFs investieren. Und Scalable ist auch in Österreich erhältlich. Für alle meine Leute aus Wien, Salzburg und Co., die noch einen super Broker suchen. Der Investor. Im Jahr 2022 haben übrigens 12,9 Millionen Menschen in Aktien investiert. Das ist schon eine riesige Zahl an Menschen, die sagen mir, was für ihre finanzielle Zukunft tun. Vor allem in Zeiten, in denen die staatliche Rente nicht mehr garantiert ist, ist das auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich jeder mal beschäftigt haben sollte. Und Scalable Capital ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Adresse dafür. Die Beste. Auch ein Sparplan einzurichten ist kinderleicht. Ihr sucht euch einfach den gewünschten ETF. Natürlich solltet ihr selbst recherchieren, euch selbst informieren, welche ETFs für euch interessant sind und legt dann die Sparrate fest, die absolut individuell ist. Ihr könnt zusätzlich die Frequenz, das Datum und die Inflationsanpassung genau zu euren Wünschen einstellen. Ein Sparplan ist übrigens eine automatische Anlage in Aktien oder ETFs, bei der ihr nichts weiter tun müsst. Und das Beste ist, die Depotöffnung ist komplett kostenlos. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zu Scalable Capital, wodurch ihr mich auch ein bisschen unterstützt. Und jetzt viel Spaß mit einer der wildesten Folgen, die wir je produziert haben. Kurs geht raus. So this place is called Ablei Chao Yudan Wong in Cantonese. Lukas, repeat it. Let me try it. Und da gibt es auf Wimfer ein sehr, sehr, sehr leckeres Brisket. 20 Punkte, prepare nothing. Das ist übrigens Sander, der wahrscheinlich beste Foodguide, den ihr in Hongkong finden könnt. Brisket wollte ich sagen. Let's go. Und Nudeln. Sander meinte, es gibt hier in China für das Brisket sechs oder sieben verschiedene Cuts. Und den Cut vom Brisket, den es hier gibt, soll besonders juicy, besonders lecker, besonders intensiv schmecken. Und wird zusammen mit Nudeln serviert und einer speziellen Soße, die ich glaube aus, man kann es nicht richtig erkennen, ich glaube Innereien gekocht wird. Und dann aber nur ein Schöpfer ohne die Innereien, über das Fleisch gegossen, über die Nudeln. Das ist einfach nur saftig. Und der Kollege hackt einfach ein Brisket nach dem anderen. Ein Teil nach dem anderen kommt aus diesem kleinen Fenster raus. Und drei Sekunden später ist der Tisch voll. So, ladies and gentlemen, da sind wir. Die Farben, der Geruch. Das Fleisch sieht einfach förmlich. Also, wenn ein Stück Fleisch saftig aussieht, dann ist es dieses Brisket. Wow. Erstmal bei sich, aber ich mag es mit dem Chili, dem Chili. Super flavorful, aber ich möchte, dass ich etwas rote Vinaigar mitgebracht habe. So, das wird die Salchigkeit und die Spiciness verbrechen, um es zu bemerken und um es zu bemerken. Ich bin nervös. Ich bin mehr nervös. Das ist guter Content da. Sieht schon sehr wild aus. Da sind schon Stücke drin. Also, das ist nicht einfach nur das zarteste Fleisch. Vor allem das hier ist so lecker. Man muss sich natürlich ein bisschen gewöhnen an den Biss. Aber der Geschmack ist, obwohl es, wie gesagt, ein bisschen knorpelig ist und man hier und da mal so ein bisschen beißen muss, schmeckt es trotzdem extrem clean. Super sauber und auch einfach nach guter Qualität und intensiven Geschmack der Geschmack ist, was hier gewinnt. Cheers. Das ist auch super fettig. Ich meine, das ist Beef Brisket, oder? Es gibt trotzdem so leichte Schweineweins, ne? Ja, absolut. Aber die Gelatine ist schon sehr lecker. Aber es ist auch sehr klein. Es erinnert mich ein bisschen an kleine Schweine-Ribs, nur dass sie keine Knochen haben. Also, die Gelatine hat einen sehr interessanten Gartpunkt, sodass man noch kauen muss. Also, die schmilzt nicht einfach. Also, ich finde es nicht unangenehm, aber es ist richtig lecker. Crazy good chili crisp. Such good chili crisp. Amazing. Genau wie hier stehen. Dude, und das ist so. Tidal, ja, ich hatte es noch nicht mal. Ist es selbst-made, oder? Wow. Das ist der beste one so far we've had. Und es ist ein bisschen scharf. Ja, es ist wirklich scharf. Es ist wirklich scharf. Jetzt mix the noodles. Ich just pour das over, aber of course, es ist ein bisschen zu crazy sometimes, aber das ist so. Nein, das ist so. Wow, 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 wow. Yeah. Ja. Oh, die noodles ist so gut. Wow. Wow, I'm even more impressed by the noodles than by the beef. Really? Yeah, like the flavor is so nice. Gut, Harleka. Ich sage es ungern, aber das könnte mal kurz so fast jeden Singapur-Disch schlagen, den wir haben. Ich brauche manchmal das Fleisch gar nicht, sondern nur den Geschmack, den man aufs Fleisch raushalten kann. Also, die Soße, die dort drüber kam, sie mischt mit den Nudeln. Die Nudeln nehmen den Geschmack vom Fleisch auf alles zusammen. To prepare for arriving, right? Oh, yeah. For the weather. Just you came in, a little bit hungry, a little bit shaky. And you have the noodles in your bag to life. Und die Nudeln, wenn ihr genau hinschaut, guck mal. Ja. Die sind so mini, hauchdünne, Tayatelle-Style. Aber die sind so dünn und sehen aus, ob sie auseinanderreißen würden, aber sind so elastisch und halten zusammen, was sie so geil macht. Die Nudeln sind so fettig auch, oder? Also, du musst nicht einmal beißen, du kannst sie einfach runterschlucken. Ja, genau. Das sind diese ASMR-Videos, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wenn die so essen. Non-Star-Nudeln. Ja, schlucken nur, weil alles so schön ölig und fettig ist. Genau so müssten die aussehen. Jetzt ist so richtig schön Öl dran. Das ist die beste Start, die ich mir vorstellen kann. Ja? Ja, ja, ja. Okay, tschüss, danke euch. Tschüss. 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 Micky. Micky. Micky, nice to Micky. No, nice to Micky. Nice to Micky. Er hat sich gerade mies verfahren, wir stecken jetzt hier im Traffic und er meinte, er möchte uns nicht chargen für die Fahrt. Sehr, sehr korrekt. Oh, ist es dein erstes Mal? Es ist mein zweites Mal. Ich habe es nur für Spaß gemacht. Mein Hauptjob ist, filmen und was. Ist das dein eigenes Auto? Ja, das ist mein eigenes Auto. Ah, okay. Mice, du musst nur das GPS fixieren. Hey, aber keine Sorgen, man. Es war eine schöne Tour. Danke, Micky. No worries. Have a nice evening. Nice to meet you. In Hong Kong gibt es nicht nur unfassbar köstliches Essen, sondern auch Drinks und eine Bar-Szene wie nirgendswo anders auf der Welt. Und wenn es um Cocktails geht, müsst ihr einen Mann kennen. Agung. And welcome to Hong Kong. Kong fucking Kong. Agung kommt ursprünglich aus Indonesien und zählt zu den besten Barkeeper der Welt. Seid wirklich, der Mann ist ein Künstler, ein Zauberer, ein Chemiker. Ihr werdet es gleich sehen. Oh, fuck. Jimba. Dude. Yeah, girl. Shit. It's like a proper meal, right? Shit. It's done fine yours, yeah. Ich kann es nicht mal erklären. Ich will einfach nichts dazu sagen. Was, meine Damen und Herren, ist einer der verrücktesten Getränke, die ich jemals hatte. Wenn ihr davon einen Schluck nehmt. Erstmal, ihr nehmt diesen Schluck, nehmt diesen Schluck in Zeitlupe. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut, als ob die Zeit kurz stehen bleiben würde. Dann hast du das Gefühl, dass da was im Mund ist, was so grauen und ich schlucken kann. So kroten essen würdest einfach. Und der Flavor ist so 3D. Das ist verrückt. Ich bin ehrlich gesagt. Ich habe nie so etwas gehabt. Wow! Alle, die hier sitzen, kennen sich zwei Stunden. So muss das Leben sein. Worauf wir aber nicht vorbereitet waren, okay wir waren generell auf nichts vorbereitet, aber war dieses Fried Chicken. Was haben wir hier? Oh, wir haben KFC. KFC. KFC? KFC Fried Chicken. Wenn die Drinks schon so schmecken, wie muss jetzt dieses Chicken Teil schmecken? Oh. Oh, jemand hat den Enterprise cold in die plastisch nicht bestien? Oh. Und ich habeangst turns out. abused, was ist 이거 durch so indispensable und so und jetzt habe ich alles. Und jetzt habe ich Phile seriouslyлю. こう das im Nackften verbunden. Jetzt habe ich mich zu Hause gehört. Okay, dann hab ich's gemacht gemacht. Okay. Und jetzt haben wir da 것ine, oder was ich habe gemacht? Wow! Das muss man entdeckt haben. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist eines der geilsten Chicken, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich sage so wie es ist. Vladislav, komm mal hierher. Probier mal. Ich würde interessieren, was der Mann dazu sagt. Oh mein Gott. So meine Damen und Herren, Tag 2. Wie war die Nacht so far? Wie war die Morgen? Das ist unglaublich, man. Ich habe heute noch ein paar Drinks. Aber ich bin bereit. Das ist wie es sein sollte. Und heute gibt es auch viele Frühstück. Was sehr, sehr speziell aus Hong Kong. Was werden wir essen? Wir beginnen heute mit Lucky Star. Es ist ein jeden Tag für Hongkong. Es ist eine Pineapple-Bun. Es sieht aus wie eine Pineapple aus. Es ist eine sehr leckere Butter. Es ist eine sehr leckere Butter. Es ist eine sehr leckere Butter. Ich brauche auch ein Mirti. Ich brauche nur ein Mirti. Ich brauche nur ein Mirti. Ich brauche nur ein Mirti. Der famous Hongkong Pineapple-Bun. Schaut mal da rein. Da ist auf jeden Fall nicht zu wenig Butter drauf. Es fühlt sich auf jeden Fall schon sehr flauschig und trotzdem so leicht brüchig und knusprig an dem Deckel an. Das ist sehr wichtig. Ja, genau. Das ist einfach die flauschigste Dampfnudel, die ihr euch vorstellen könnt. Aufgeschnitten in einem Block Butter, der so halb am Schmelzen, halb flüssig, halb noch fest ist. Der sich dann auch so leicht kalt noch und einfach eins wird mit dem Teig. Du weißt nicht, was Teig und was Butter ist. Und als ob es nicht genug wäre, hast du oben noch so eine... Da oben ist wie so eine Plätzchen-Kekskicht oben drauf, die so karamellisiert, süß schmeckt. Boah! Flauschig, weich, fettig, butterig und dann noch dieses Süße on top. Exactly. Und es ist wie ein Cracker, wie ein Cookie. Wie ein Christmas Cookie. Christmas Cookie, ja. Das ist halt viel süßer. Ist ja so geil. Ist wirklich nur im Kern süß. Und oben. Ist so lecker. Perfekt Bracken, man. Ja, man. Milch-Tee. Auf jeden Fall eins der Dinge, woran man erkennt, dass Großbritannien seine Spuren hinterlassen hat. Tee mit Milch. Mit einem Mini-Härzchen. Das ist süß. Die zwei zusammen. Bisschen, trinken, trinken, trinken. Kaffee-Slamour. Der Kaffee-Slamour. Also du hast Kaffee und Pinappel-Slamour in einem. Warum esse ich eigentlich das Dunkle hier? Was soll das? Es gibt ein bisschen rassistische Dinge. Sieht aus wie so ein Muffin, finde ich. Ich sag so wie es ist. Das perfekte Süße-Gepäck, weil es nicht so heftig überzuckert ist. Es schmeckt nach ganz natürlichem Kaffee. Und dann hast du diese Salzigkeit und den Butter da drin. Die Butter. Das Butter. Der Butter. Der ist das Butter. Für mich gewinnt der Original, aber der ist mindestens auch extrem lecker. Der Butter. Der Butter. Der Butter. Der Butter. der Butter. Der Butter. Oder Nike. Auf jeden Fall für einen Schuh anzustellen. Irgendein Release muss sein. Egal wo du hinfilmst. In jedem Bild, in jedem Frame passiert so viel Zug. Eine hängt Wäsche auf. Der andere ist ein Construction Worker. Fußgänger. It's crazy. Reizüberflutung. Oha, einfach Shibuya oder Times Square oder eine Mischung aus Shibuya und Times Square. Du weißt gar nicht, wo du sagst, Alter, wie groß ist eigentlich diese, oh, Junge, Junge, ist einfach eine vier Kino, fünf, sechs Kino Leinwände zu einer zusammengeklebt. Boah, was für ein cooler Ort. Die Straßenbahn, diese alten Doppeldecker Straßenbahnen, das gibt es einfach nirgends außer hier. Beziehungsweise habe ich noch nirgends gesehen. Und dann diese Kombination aus den neuen modernen Werbetafeln, Shops, Restaurants, die Kombination mit diesen alten Blocks, wo einfach an jedem Fenster ein Klimaanlagenkasten hängt. Das ist einfach hier einzigartig. Let's go over the street. Heute ist unser Glückstag, Leute. Es gibt ein zweites Frühstück und dafür müssen wir in eine Mall mit dem Namen Windsor House. Eine der ältesten Malls in Hong Kong. This is where we go. Jasmine, baby. So in Chinese we call it Bad Yutfa. Kommt auch selten vor in Deutschland oder sowas, dass du so in der Mall das krasseste Essen hast. Ja, voll. Dann denkt man sich meistens so, mmh. Trashy. Ja. Du isst es trotzdem, weil du bist gerade am Shoppen mit deiner Freundin und du denkst, oh, keinen Bock mehr im Laden zu stehen, lass was essen, dann kann ich mir nicht sitzen. Aber wenn hier so ein krasser Spot ist, geil. Willkommen in der Zukunft. Robotic Waiter. Ich weiß nicht, ob wir es gestern Abend gesagt haben, aber wir haben uns mit Hong Kong in Liebe. Oh, wirklich? Nein, ich wusste nicht. Ich war schrunk. So, guys, we're here at a typical Hong Kong dim sum breakfast restaurant. Typically in a Chinese dim sum restaurant cuisine, we have our plates here. All nice and ready. But of course, we don't trust how they clean their sh** here. So, we need to clean them again. Here you go. We got some hot water. We first pour it to our utensils. Boiling, boiling hot. Also, es ist einfach normal in Hong Kong, sein eigenes Geschirr zu, wenn man dim sum essen geht, sein eigenes Geschirr und eigenes Besteck zu waschen. Crazy. No, it's 100% clean. Is it really a trust thing? No, I don't do it. Hab ich auch noch nie gemacht. In meinem Restaurant ist eigene Geschirr gewaschen, oder? Muss man erlebt haben. Was auch super interessant ist, jeder von uns hat zwei paar Stäbchen. Eins für sich selber, um vom Teller zu essen und das andere sind Community-Stäbchen, um sich Essen aus der Mitte zu holen. Sieht aus, wie wenn du in Amerika reinreisen willst. Nee. I think he wants to try chicken feet. Are they stinky feet or wash? No, 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 it's clean. I'm joking. Wow, dieser Tisch einfach. Es kommt ein Dim Sum an, nach dem anderen auf dem Tisch. Und ich glaube, das erste, was wir jetzt erst mal machen müssen, können wir uns eine kurze Definition, was Dim Sum ist. So Dim Sum, typically in Hong Kong, ist ein Breakfast-Food. People eat here in the morning, all the way to about, goes through lunch. So it's a typical small, small dish like so. So there's a wide variety of it. The ones that we usually order, they are steamed, in a bamboo container like so, in a very, very high, high heat, because of the water and the steam. So it's quickly done. This is done within minutes. Allein an der Auswahl, was auf dem Tisch steht, kann man schon sagen, dass der Mann auf jeden Fall einen guten Geschmack hat. Scrambled Eggs. Ja, ich habe noch nie so scramblige Scrambled Eggs gesehen und vor allem noch nie so gelbe Scrambled Eggs gesehen. Wie kann das so gelb und orange und kräftig und... Hey, man. Boah, man kann es für mich sehen, wie es schmeckt. Es gibt Steamed Dumplings, es gibt die Pork Buns, Fried Rice, damit so kurz im Reis, wie Japan... vielleicht japanischer Reis gemacht ist. Chicken Feet und... Boah. Und ich kann jetzt nicht mehr länger warten, diese Eier einmal hier zu essen, weil ich glaube, mit denen sollten wir uns geilen. Und dafür nehmen wir jetzt unsere Community Chopsticks. Die sind die rechten, die äußeren. So, actually, for this one, we use the spoon. I forgot. Oh, yeah, yeah. So the spoon is always community? Yeah. The one that you use is this one. Okay. Und dieses Ei steht wirklich jetzt schon, ja. Zehn Minuten hier am Tisch. Essen ist warm und immer noch runny. Wie geht das? Und wie ihr auch schon erklärt habt, ist es richtig gut gemacht, weil du hast die festen Stücke und du hast diese noch flüssigen Stücke. Also da hast du einfach dieses... Passiert was. Es ist nicht einfach nur Eicreme oder Eiblock, sondern es ist Eicreme und Block gemischt. Some Chili Oil. Okay, jetzt versuchen wir, alles auf einmal auf einen Löffel zu kriegen. Ei, Shrimp, Chili Sauce. Ei, 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 Ei. Es ist alles gut. Mmm. The shrimp? Crunchy. Es ist crunchy. Ja, ja, ja. Es ist es, es hat ein bisschen Schnabel. Ja, ja, ja. Es ist wie ein Wiener. Es ist wie das Kissen von das Säuse ist. Ja, genau. Ach, das ist richtig. Ja, genau. Ich kann nicht zu einem Dim Sum-Sum-Place gehen ohne Sumai hier, Bro. Pork & Shrimp Dumpling. Pork & Shrimp Dumpling. Sumai. Ich kann die Ecke nicht ausmachen. Skin. Damn! Boah, man. Das ist so lecker, man. Wow! Wie wenn man so eine knackige Wurst reinbeißt für einen kurzen Moment. Weil die Shrimp-Maste und auch die Pork-Maste da drin ist, so knackt einfach ein bisschen auf und der Nudelteig ist super dünn. Du merkst, dass da Teig ist außen, dann hast du auch diese Teigbefriedigung. Aber es ist einfach nur super, super dünn. So nice. Und der Geschmack ist so voll, so warm. Und es ist einfach, boah, eine Explosion. Das ist für mich. Das ist für mich. Wow! Wow! Die Farbe! Nein! Umami, umami-bomb! Ich kann nie wieder in Wien oder irgendwo etwas in die Richtung essen. Das kann doch nicht sein! Und so viele verschiedene Geschmäcker, die durchkommen. Und Petite Crisp ist super. Es ist schon scharf. Sehr gut. Es ist eine gute Zeit, ja? Es wird ein Mann geworden. Ja. Chicken feet. Chicken feet, lass uns das machen. All of us. Hier haben wir diese wunderschönen, feinen Chicken feet. Inside of the... Yep. Und dann nehme ich meinen anderen Chopstick und gehe für's, oder? Correct. Es ist ein Lapptennis. Das ist der Sektor. A lot of Collagen. Es schmeckt wie Soja-Gummibärchen. Aber besser kann man es nicht beschreiben. Es schmeckt wie Soja-Gummibärchen. Ja, ja, ja. Der Bruder hat auf jeden Fall den nicht zum ersten Mal gegessen, ja? Der war fast. Wenn man das nicht gewohnt ist, natürlich sieht es mal ein bisschen abschreckend aus, ja? Aber sobald man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, an die Konsistenz, fängt es an Spaß zu machen. Big feet. Schuh size 47. Randy steht vor seiner letzten Prüfung, der gefürchtetste Chicken Tester der Welt zu werden. Cheers, Bro. Cheers. Mmh. Ich finde, für mich hat so Hähnchen-Collagen hat einfach was ganz eigenes, was ich extrem feier. Hähnchen-Collagen. Das schmeckt aber eigentlich genau wie Chicken Haut, die ein bisschen dicker ist. Ja, aber genau diese Teile beim Hähnchen, wo man eigentlich ziemlich wenig hat. Also wenn man so einen Chicken Wing hat, oder so einen Schlegel, hat man halt hier eigentlich hauptsächlich nur sehr wenig Fleisch. Das schmeckt einfach so befriedigend. Und ich glaube für sehr viele Soßen und so weiter verwendet man ja auch einfach Hähnchen, Hähnchenfüße oder für Ramen und was auch immer, um einfach das Kollagen daraus zu bekommen. Und hier hast du das halt einfach konzentriert. Und ich finde, Soja-Gummibärchen beschreibst ziemlich genau. Such a good taste. Weil es sieht aus wie *** Das ist genau zwei Sachen jetzt gerade am Tisch, die mich extrem anlachen, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Einmal diese Chashu Baos und diese Dumplings in dieser Sojasauce. Aber ich glaube, ich fange mit den Dumplings nochmal an. Das ist genau mein *** einfach. Dieses ölige und diese gekochten Dumplings. Einfach konzentriert der Flavor. Ein bisschen spicy. Und wir gehen jetzt nachher noch ein bisschen das ganze Sache noch ein bisschen spicier. Macht mit dem Chili Oil. Das ist so. Du musst den Topf wieder rein. Wow, 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 wow. Ich möchte ein bisschen... Am I allowed? Nein, nein. Naja. Der nächste Runde vielleicht. Dieser ist mehr süß und süß. Ganz anders als erwartet. Ich kann nicht genau sagen, an was es mich erinnert. Es ist auch lecker. Es schmeckt so... Es schmeckt herbar, oder? Ja, ja. Was ist es? Ah, das ist es. Das ist es. Ich kenne den Sternanusflavor. Da habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt. Bei vietnamesischem Essen. Und hier immer wieder kommt dieser... Wie gestern Abend beim Abendessen auch dieser Sternanus ins Spiel. Und auch hier wieder, es hat so eine Kräuterigkeit. Hatte ich noch nie so. Jetzt kommt wahrscheinlich der Klassiker. Shrimp Dumpling. Shrimp Steamed Dumpling. Das ist der Klassiker. Klassiker, oder? Sticky. Noi Soy Sauce. Nothing. But Chili. Wie er darf und ich nicht, oder was? Hier ist so laut am... Ja, es ist anders. Ah, okay. One bite. Three to one low. Wir sind leider ein bisschen kalt. Der Teig ist auch nicht mehr so weit, aber schmacklich, süß, super mild. Trotzdem gar nicht zu viel. Flingt super lecker. Vor allem hat der Shrimp in noch richtig Struktur. Du beißt noch so richtig auf den Shrimp. So, was ist der offizielle Name für das? Das ist eigentlich die Cheung Fan. Das ist die Reisrolle. Das ist auch in China. Einfach eine Shrimp Frühlingsrolle in Reisteig. Und über das werden wir jetzt schön sanft und sexy Soja Sauce lernen. After das Xen. Einfach mit der Hand fallen. Good, oder? Completely underestimated. This is insane. Yeah, man. That's the signature here. So, this is their invention? Yeah, their invention. Mmmh. This is what I always get in Vienna. Ohhhh. It's knack richtig, du hast. Richtig lecker, oder? Wow. Mmmh. Es wird's aber wirklich Zeit. Diese Forks, diese Chashu Baus, können jetzt nicht länger da so einfach dran liegen. Irgendjemand muss sich drum kümmern und ich bin der Glückwische. Der mal komplett alle Regeln verloren. Der mal komplett. Das war keine Absicht. Entschuldigung. Why? This is your hand. I don't know. I don't want it. It's supposed to use this hand. Ah, okay. Oh, da schaut mal, da ist noch so ne kleine, kleines Papier unten dran. So satisfying. Und den dann jetzt gemeinsam aufreißen. Roasted Chashu. Auf Wiedersehen. 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 Und wie er auch schon gesagt hat, obwohl es Brust ist, da schmeckt so viel Kraft drin und auch wie Nico schon gut gesagt hat, was kann man aus dem Hühnchen rausholen? Es ist eigentlich wie eine Hühnerbrühe, nur es ist noch das Hohen. Es ist so intensiv, es schmeckt mehr nach Chicken als ein normales Chicken. Es ist wie wenn du Hühnchen mit Hühnchen isst. Amazing, man, amazing. Und ehrlich, allein diese drei Tage, die wir hier sind, wir essen ja schon Sachen, die wir nicht so gewohnt sind von den Texturen, ja. Mal ein bisschen Knorpel hier, mal ein bisschen Haut da, mal ein bisschen Gelatine, das so. So, das sind wir nicht gewohnt, ich zumindest, die so aus von, wie ich erzogen, kulinarisch erzogen wurde. Und allein diese drei Tage, wo wir einfach hier in der Crew da sitzen, er sagt, iss und im ersten Mal, du würdest das vielleicht gar nicht probieren, aber dann probierst du es und iss, das erste Mal, das zweite Mal, dann vorne, ein bisschen die Chickenfeed und so weiter. Und in zwei, drei Tagen ist deine Hemmschwelle, solche Sachen zu probieren, einfach viel geringer und du fängst schon an, so richtig diese Knorpel auch ein bisschen zu kauen und zu spüren im Mund, anstatt einfach nur so, okay, wie kriege ich das am schnellsten runter? Du kommst rein, so wie ein guter Wein, so der schmeckt am Anfang auch nicht oder wenn du zum ersten Mal Wein oder andere Sachen trinkst, probierst und step by step öffnen sich neue Welten, neue Geschmäcker, neue Erlebnisse. So, was ist dein Lieblingsparte, das du essen möchtest? In general oder? Just mit dem Chicken. Ich muss auch sagen, so wie wir jetzt unterwegs sind, der passt einfach genau rein. Er ist schon, weißt du, es ist Kuh einfach, wir sind so jetzt, wir vier einfach unterwegs. Er hat genau seinen Platz eingenommen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Den Uber-Fahrer gestern erst mal auseinander genommen. Ich kann nur nochmal sagen, Hongkong ist einfach anders als jede andere Stadt, in der ich jemals war. So diese grauen Blocks mit den Klimaanlagenkästen außen, die so schmal und hoch gehen und in den Wolken verschwinden, die spitzen. Und dann unten auf dem Boden hat man einfach diese, schaut mal, diese Märkte, ja. Obst, Gemüse, es gibt Metzger, es gibt Nudeln. Für jede Speise, für jedes Zutat, für jedes Lebensmittel findet ihr hier was. Und der Markt lebt einfach. So viele Menschen auf den Gehwegen, am Shoppen, Einkaufen, Schauen, Verkaufen, Zubereiten. Einfach leben. Es ist so viel los, aber trotzdem ist es so entspannt. Nicht unangenehm. Voll. Also genau die richtige Balance zwischen Energie und Action. Aber trotzdem so eine Ruhe und einer gewissen Kultiviertheit. So, Ladies and Gentlemen, jetzt werden wir mit dieser Straßenbahn fahren. Es ist so weit. The famous Hongkong's Tracenbahn. I don't know yet where it's going, but we just take it in. Go ahead and go up. London-y. Weak ass fella. Weak ass. Einer baut das Fenster gleich aus. Ich fühle mich, als ob ich gerade in der Achterbahn von einem Freizeitpark eingestiegen wäre. Jetzt geht gleich diese Klappe runter und ach, geht die Post. Ich glaube, wir fahren jetzt eine Stunde durch ganz Hongkong zu unserem Final-Restaurant für heute. Wir probieren jetzt Sander's favorite sugarcane juice in all of Hongkong. Ja. Es ist jede Hongkong-Person's favorite. Ah, also er ist der Boss. All this Lava in der Hand. Es ist definitiv besser als die in Singapur. Es ist wirklich süß. Es ist wirklich süß. Es schmeckt komplett anders als recht. Es schmeckt fast wie Milch, ne? Ja. Es ist sowas Milchiges. Stimmt. So, jetzt Leute kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Obwohl man Highlight eigentlich gar nicht sagen kann, weil es war gefühlt alles ein Highlight heute. Wir stehen vor einem Restaurant mit dem Namen Holy Fuck. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass wir heute Holy Fuck sagen werden. Holy Fuck. Oh, 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 oh. Das wird gefährlich heute. Ist ja Lucky Cake. Nach einem kurzen Moment Bade können wir jetzt endlich rein ins Restaurant. Also was soll man sagen zu so einem Tisch, ne? Überhaupt auch das Restaurant. Schaut euch mal um, was geht eigentlich klappen. Wir sind gerade so einfach die Treppe nach unten gekommen. Und dann sind wir hier. Und hier ist einfach... Ich weiß nicht, jetzt sind wir wirklich bei Rush Hour dann. Irgendwie so ein... Dort hinten spielen ein paar Leute Poker. Hier essen welche. Es ist so ein... Die Deck ist so tief. You can see yourself in there. Genau. Sehr, sehr coole Bade hatten wir ja gestern auch schon den ein oder anderen Drink. Ich glaube, das könnte heute genauso laufen. Und ich meine, was ist das für ein Raum? Ich glaube, das wird ein schöner Abend. Schnappt euch an, schnappt euch Popcorn und genießt die Show. Wie geht's dir? Oh, gut. Wir lieben deine Energie, Bro. Es ist toll. Du bekommst mehr. Du bekommst mehr. Okay, wir haben heute auf jeden Fall auch wieder die Ehre, in der Küche mit dabei zu sein. Jede Speise, die wir essen, werden wir sehen, wie sie zugerettet wird. Und jetzt wird es hier drüben zugeschnitten. Boah, ich glaube, es gehört auch einfach so viel Übungen dazu. So eine Taube oder so ein Huhn oder so eine Ente zuzuschneiden. Einfach, das kannst du nicht von heute auf morgen. Da musst du einfach üben, üben, üben. Und wenn ich das machen würde, ich glaube, wir hätten einfach nur Taubensalat. Jetzt geht's rund, Leute, jetzt geht's rund. Oh, ich denke, es wird sehr süß. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich Taube gegessen habe auf jeden Fall. Wollen wir mal kurz darüber sprechen, was sie damit gemacht haben einfach. Und das Gute ist, dadurch, dass es schon in der Sojasauce einfach badet, diese Taube, müssen wir es nicht mehr dippen. Das Fleisch ist so zart, ist auch medium rare, wenn man das sagen kann. Es ist so schön rosa noch in der Mitte. Und es macht so Spaß, mit deinen Zähnen auf dieses Fleisch zu beißen. Es hat so eine übergeile Konsistenz. Und die Sojasauce bringt so viel Umami und Kraft in deinen Mund. Die knusprige Haut, die auch nochmal voller Geschmack steckt. Ich finde auch, es schmeckt so ein bisschen wie so eine leichtere, feinere Ente. Geht so ein bisschen in die Richtung, aber doch was anderes. Und es ist auch kein Schicken, auf gar keinen Fall Schicken. Oder vielleicht bin ich auch nur mit Ente, weil es sind Sojasauce von wegen dieser knusprigen Haut. Und vielleicht ist das die Assoziation. Aber super lecker. Es würde jedem schmecken. Jeder, der davon einen Löffel nimmt, bzw. ein Stäbchen nimmt, dem wird es schmecken. Oder diejenige. Der ist geil. Der ist super süß auch, der. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass da so ein Flavor war, wo ich denke, das war jetzt anders als anders Fleisch. Eine cleane Taube schmecke ich direkt. Würde ich dir auf 100 Lachen drauf schmecken. Aber es gibt auf jeden Fall so eine leichte Entenrichtung, wie so eine ganz milde Ente. Macht auf jeden Fall Sinn. Schau mal die Füße an, Alter. Bisschen kleiner als die, die wir heute Morgen haben. Dann wird man das dann noch ein bisschen rein. Ich muss doch ehrlich sagen, da sind Vegetarier mit mir auch einig. Eine Taube darf man essen. Ich mag Tauben nicht. Wie schön ist es einfach außen. In der Mitte dieser blutige Kern. In der Mitte des saftigen Fleisches und außen die knusprige Haut. Das ist das erste Mal, als ich die Taube esse. Und tauche bei mir von Anfang an direkt so einen positiven Checker. Boah, ich habe einfach einen Taubenbein in der Hand. Und ich meine, wie wir sehen können, da sind auf jeden Fall genug Chilis auf dem Teller. Und was wir jetzt machen, müssen wir nehmen unsere Hände und suchen uns einen Chicken Wings. Ich weiß auch, was das für eine böse Kamera ist. Ich glaube, ihr seht es gerade noch roter, als ich das sehe. Sichuan Chicken Wings. Das ist so crunchy, juicy. Boah, das ist so wie so leichte Chips-Stacheln außen dran. Nicht wie Pankow Flakes und so Stacheln oder so crispy chicken mäßig. Sondern irgendwas anderes. Ich mag die Panade auf jeden Fall. Die Panade ist sehr speziell und ist in der Sichuan Peppercorn. Die Zunge wird so leicht taucht und es kitzert ein bisschen im Mund, ja. Sichuan Peppercorn. Nimm den Schein raus. Über den Teller. Und dann wirklich. Ich finde, das ist wichtig. Ich sage dir ehrlich, vom Taste der Panade habe ich noch nichts ähnliches gehabt. Die ist perfekt scharf. Die Zunge in der Mitte direkt jetzt schon taucht. Und perfekt scharf. Das ist eine perfekte Panade. Die perfekte Panade. Drei Worte. Holy Fuck. Geil, dass sie so viele Chilis einfach nur irgendwie... Ich probiere deine Chilis. Aber es wird halt Creperverleitung jetzt. Okay. 3, 2, 1, los. Ja? Ja? Ja. 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 Oh, Peppercorn. Wir... 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 ...eaten Razor Clams. Und das sind auf jeden Fall die größten Razor Clams, die wir je hatten. Die sind huge. Die sind ungefähr doppelt so lange wie die, die du kriegst in einem Tapas Bar in Barcelona. Garnierend mit Frühlingszwiebeln oder also Schnittlauch. Auf jeden Fall sehr sehr dünne Frühlingszwiebeln. Und fried Nudeln. Sieht kreislich aus. Und wieder mal muss ich Kompliment ans Geschirr geben. Ich mag das Geschirr. Und das ist was, worauf ich sehr viel wert linge. Haut euch das an. Wow, der warm. Das wird schon richtig jeden Ninja-Städchen, oder? Ich hab vor aufgelegt, ich fühle mich gar nicht gewappt. A bit, not the whole thing. Two bites. Das fühlt mir einfach nicht richtig. Mh. Best representative. Wir haben kein Bier. Ich dachte, er beißt jetzt vielleicht zu kurz in diese Backe rein. Du weißt ja nach, dass du das Fleisch hast. Pigeon hat's ist die Beste. Hey, Isra! Appreciate the passion, man. But this one, no MSG. I wish there was MSG. Yeah, we all wish. F***ing. Your next two courses. Oh, diese Simplicity, der hat einfach nur den Wok und diese Kelle und macht alles mit diesem Wok und dieser Kelle. Er holt die Soßen, er holt die Gewürze, alles mit dieser Kelle. So nice, einfach. Simple. This is also yours, this is the Chashe Ush. It's usually the pork shoulder. Ours is cured, marinated and then baked in the oven over there and then finished on the barbecue. One more dish. Boah, diese Skill ist einfach so satisfying zuzugucken, einfach wie der Mix in Wok arbeitet. Das ist crazy einfach. Boah, die sind so ein bisschen aus wie diese koreanischen Rice Cakes, ich glaub. Schauen wir mal an. Thank you, bro. Cheers on Hong Kong. Der Mann hat dafür gesorgt, dass ihr das hier bekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich flieg nach Hong Kong. Das ist euer Mann, ihr müsst euch auf jeden Fall bei ihm melden, weil da, dann habt ihr eine Hongkong-Erfahrung, die ihr sonst niemals bekommen würdet. Ja, absolut, Mann. Ja, ja, ja. Seit wann kann er bei Deutsch? Chili dishes and I got a coffee and he's like in front of the walk facing like this. Muss man auch mal wertschätzen, dass es auch Leute gibt, Menschen gibt, die dafür sorgen, dass solche Gerichte hier auf dem Tisch liegen, wenn wir das mit meinen Fans die Samstagabend genießen können. Muss man auch mal so sagen. Das geht raus, wenn die Leute auch hier. Hast du noch was zu sagen, Nico? Bevor die jetzt hier reinbeischt, kannst du eigentlich mal Resident Advisor jetzt abchecken oder nicht? Trägt euch das auch für ein Städchen weiter. Ja, danke schön. Ja, ja, ja. Dieses Schweine-Chashun. Jetzt hab ich eigentlich zweimal Schwein gesagt. Auf jeden Fall, diese Speise sollte nicht kalt werden. Es ist extrem lecker aus. Es ist simpel, da liegt eigentlich nur ein Teil auf dem Tisch. Geht mal rein. Hey. Ein schöner Querschen. Oh mein Gott. Es ist so fest und zart gleichzeitig. Ich höre, ich habe... Und jetzt reicht's. Du nimmst es in die Chopsticks und du denkst, dass es zu fest ist. Du denkst dir, hey, das ist nicht zart, das ist so tight und so. Und du beißt drauf und isst es auch tight wie ein Shrimp. Aber trotzdem gleiten deine Zähne durch wie Butter. Und dann schmeckt es leicht süß raus und einfach Barbecue-Flavor. Ein anderes Level. Ein anderes Level. Ich bin ehrlich, das ist nicht so meins. Zu porky oder? Ja. Zu porky. Zu porky. Das ist auf jeden Fall nichts, was man sehr viel essen kann. Das ist schon sehr schwer. Das schmeckt wie richtiger Schinken, aber warm. Ich weiß nicht. Ich hätte das gerne so ganz kalt, dünn aufgeslict und pikant. Ist mir zu süß auch. Vielleicht sind dann diese Rice Cakes da ja mehr, was seinfalls. Das ist nicht so tight wie in Korea, sondern es ist weicher, weil es ist derselbe Teig, von dem wir heute Morgen diese eingerollten Spring Rolls hatten beim Dimsum essen. Ich habe aber das Gefühl, ich muss hier so... Up to you. But I don't think so. Dem Mann muss man vertrauen. Das ist gut. 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 Die Leute sind verraten. Du hast nicht so viele Emotionen. Ich hoffe, ich habe Angst. Ich bin absoluter Anchovies-Fan. Das hier könnte richtig krass sein. Oh, wir haben verlost, wir haben verlost. So gut. Und das ist einfach ein Salat, wenn das jetzt keine Beleidigung war. Boah, der ist so gut, das ist einfach... Das ist ein Shrimp, oder? Ja, ja, ja. Ich muss auch mal wirklich sagen, gell? Dieses Essen... So... So, so gut. So gut. Lieb ich, ja. One-Piece-Style. Alle essen so. Du hast so Bierfeller, jeder nimmt, was er will. Chokuzel. Chokuzel. Lösen wir das noch mit dem Chokuzel, oder lassen wir einfach? Lassen wir einfach, oder? Wir lösen es privat auch. Vielleicht. Haben wir jetzt den Hot-Tuck-Tipp bezahlt, oder nicht? Der Mann hat seine Jacke komplett falsch runtergezogen. Oh, ja. Bravo. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Schönen Job. Du hast einen guten Tag, ja? Ja. Schau dir heute Abend. Wir versuchen es. Du wirst. Geh zu dem Ort, wo ich dir gesagt habe. Ja, du hast Spaß. Wir sehen uns später. Oh, mein Gott. Gute Glück. Okay, Leute. Es war ein langer Tag, und es könnte eventuell auch eine lange Nacht bleiben. Mademoiselle. Je ne va plein. Je ne va plein. Rondy. Wollez-vous. Check. Hallo. Hier. Hier. Das ist so eine optische Täuschung. Von außen sieht es aus wie ein Smart. Innen ist eine G-Klasse. Wir sind noch nicht mit so einem Gefahren. Das hat mich gerade eingefallen. Doch, gestern auch. Danke fürs Gespräch. Okay, aber da waren wir in der Sinne ein bisschen betrübt. Warum? Von den Geschmäckern. Genau. Weil wir immer noch nicht wissen, ob du den Hot-Tuck-Tipp bezahlt hast. Schön, schön. War das Restaurant Chokguzel oder nicht? Was ist das? Chokguzel? Oh, Chokguzel. Was wir jetzt machen ist, wir fahren fair, um euch den besten Blick auf die Skyline zu geben von Hongkong, den ihr haben könnt. Es ist Nacht und wir werden jetzt übers Wasser gleiten. Wir gehen auf die Fähre. Hallo. Seht ihr diesen Big Van dort hinten? Diesen Clock Tower? Dort werden wir jetzt hinfahren. Wow. Das sieht crazy aus. Schau mal diese Wolken. Und wisst ihr auch, woran es liegt? Es ist geil, dass es so neblig ist. Und es ist geil, dass es so ein regnerisches Wetter ist. Weil es schließt einfach die ganze Stadt um in so einer Kuppe. Und die ganzen Neon-Lüchter und Video-Screens, die leuchten einfach nur noch mehr werden, reflektiert durch das Licht. Es ist eine ganz, ganz crazy Atmosphäre. Wild. New York ist ja eigentlich jetzt mal Real Talk nichts dagegen, oder? Ja. Mit diesen ganzen Tauern ist ja gar nichts. New York ist so eine Ecke, was du sehen kannst mit dem Handy, wenn du auf bloß zwei Zoom bist. Also für dich, der Skyline, ist es einfach jeden Tag, jeden Tag. Ich bin immer so sehr beeindruckt mit dem. Ich liebe Hong Kong Island. Ich liebe Hong Kong Island. Ich liebe es. Sie sind immer beeindruckt. Das ist cool. Wir sind immer noch beeindruckt. Wir sind immer beeindruckt. Auch die Lokale. Wir lieben es. Wie schön kann ein Softer sein sein? Schau mal diese Schöne. Wie schön kann ein Softer sein sein? Schau mal die Läger, Baby. Und es sind die Ränder. Danke schön. Danke, Mann. Meins ist gut. Ich gebe dir das Schöne. Oh. Cheers. Milky Way. Genau so muss es sein. Perfekt. Ich fand das bei 7-Eleven ein bisschen besser mit Hafermilch. Danke. Seit dem Hotdog. Peace, Freunde. Was geht? Und herzlich willkommen zu Tag 2 in Hong Kong. Das Abendessen von gestern ist mal verdaut. Wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite. Kowloon. Das Festland von Hong Kong. Und hinter uns seht ihr ein Restaurant. Beziehungsweise ein Spot mit dem Namen Man Moir Restaurant. Wo wir jetzt einen sehr, sehr leckeren French Toast essen werden. Hong Kong-Style French Toast. Wir nehmen einen Egg Toast. Wir haben Wasser. Das ist Wasser. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss sagen, dass es hier schon sehr echt anfühlt gerade. Sehr authentisch. So als so, dass wir gerade so unter den Einheimischen sitzen. Es hat irgendwie null touristischen Juice in der Materie drin. Ganz genau. Es fühlt sich gerade an wie einfach ein richtiges Hong Kong Frühstück. Chili Crisp steht auch schon am Tisch. Weil wir kurz einen Löffel nehmen zum Aufwärmen. Zum Wachwärmstück. Ich passe. Das ist auch ein seltsames Getränk, oder? Es ist Tea with Coffee with Milk Tea. Ist geil. Der Schwarze ist halt schön intensiv. Schwarze und Kaffee passt zusammen. Ist schon cool. Ist geil wie das ist. Immer gegenseitig. Wenn die immer wieder so einen Tee Geschmack haben, dann wieder Kaffee Geschmack. Hm. Ziemlich auch geil. Wirklich. Was ich euch noch zeigen will. Hier gibt es ein kleines Geheimnis. Schaut mal hier. Aber verarbeitet es keinen. Auf jeden Fall werden wir auf unseren French Toast warten. Haben wir was Kleines um den Magen zu beruhigen. Ein Egg Sandwich. Weiches Toastbrot. Beziehungsweise kein Toastbrot, aber schönes, weiches, fluffig, aussehendes Weißbrot. Das auf die weirdeste Art und Weise durchgeschnitten wurde, wie man sich das nur vorstellen kann. Und auch dann wieder so seltsam zusammengelegt. Ich weiß nicht, welcher Mensch das geschnitten hat. Aber am Ende des Tages Geschmack zählt. Die Farbe leuchtet einfach wieder brutal orange. Also ob die doppelt so viel Ei, also ob die 5 Eier und dann noch zusätzlich 5 Eigelb. So sieht das aus. Schön orange. Und auch die Haptik dieses Toast ist auf jeden Fall sehr befriedigend. Sehr weich. Sehr fluschig. Sehr fluffig. Sehr flauschig. Fluschig. Wir mischen zwischen flauschig und fluffig. Fluschig. Das Brot ist genau wie so ein Brot sein muss. Seht ihr diese Abdrücke von meinen Zähnen dort? Daran sieht man ganz genau wie fluffig und flauschig. Und wenn die diesen French Toast mit dem Brot machen, dann wird es brutal werden gleich. Persönlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben Pancake, Waffel, French Toast, will ich immer den French Toast nehmen. Ich glaube da ist auch schon fast, das schwimmt schon, das ist schon fast deep fried oder? Deep fried. Deep fried, wie auch immer diese Butter so schmilzt auf dem Toast und in den Toast zwischen die Schlitze rein fließt. Ich glaube man merkt auf jeden Fall, dass Großbritannien in Hongkong seine Spuren hinterlassen hat. Milk Tea, French Toast, auch diese Bilder, die wir hier auf der Karte haben mit den Sausages und so weiter. Sieht schon angelehnt an English Breakfast. Ich würde sagen, wir reden zu viel und essen zu wenig. Einfach frittierter Teig mit Butter. Übertrieben lecker. Du hast dann den frittierten Teig und frittierter Teig hat auch einen super geilen Geschmack. Was auch ein super geiler Geschmack ist, wenn du French Toast diese Kruste und sich diese in der Pfanne, diese bisschen dunkle Kruste bilden. Diese Toast und Anbratarome. Was Milk vorhin auch schon meint, ist eigentlich extrem beeindruckend, dass man hier in China bessere Butter findet, als wenn du sowas versuchst in den USA. Erinnert ihr euch noch in Las Vegas, als wir diesen French Toast hatten? So und du weißt nicht mal ob es wirklich Butter ist und hier egal wo wir Butter essen, die sitzt einfach. Schauen wir mal was der Sirup kann. Aber weißt du was wir nicht gemacht haben? Mir kommt so vor, als ob der Toast einfach nur von außen so in Ei gecoated ist. Und dann frittiert wird. So ein richtiger French Toast, der ist also voll, komplett voll gesaugt mit dem Ei. Und der Eifläger steckt sich im Brot. Hier wirkt das Brot innen wie ein normales Toastbrot und außen ist so ein Egg Coating. Ich liebe auch die Kombination von Butter. Salzig, Pfanne und so einem Sirup. Ich weiß nicht was für ein Sirup es ist, aber ist auf jeden Fall lecker. Einfach nur Zucker und Fructose, also Fluchtzucker gemischt. Boah, ist schon crunchy aber, oder? Ich find's super geil. Das geht aber mehr in Richtung Waffel sogar, finde ich. Ich soll noch weiter entfernen von einem French Toast. Ich find's aber super lecker, aber ich bin auch ein Waffelfan. Boah, das ist geil. Es gibt auch so ein bisschen Berliner Vibes, oder? Wie ein Berliner innen. Krapfen. Ja, Krapfen. Es ist wie so ein Krapfen, der kurz in ein Ei getunkt wurde. Die Butter hätten wir noch verteilen müssen. Butter kickt schon noch krass. Schon sehr lecker. Man merkt auf jeden Fall, dass es auf der anderen Seite, hier in Kowloon, deutlich wilder ist. Hier ist es einfach noch mal ein bisschen rougher, ein bisschen wilder, ein bisschen mehr Gebuse, ein bisschen durcheinander, ein bisschen lauter, ein bisschen dreckiger. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist halt einfach krankchen weit. Einfach das gesamte Gebäude ist voll mit diesem Bambusgerüst. Einfach von oben bis unten, einfach Holz. Ich kann so Jackie Chan schon da durchspringen sehen. Also die Kräne dort hinten, die sieht ja anders krass aus. Wow! Kalle, Siggi und Alois machen sich so langsam wieder auf die Socken, um wieder an das andere Ufer zu gelangen, um nicht zu spät zum Abendessen zu kommen, wo eine, ein Michelin-Stern Pekingente auf die Jungs wartet. Was ist denn, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ja, wie geht's? Sehr, sehr gut. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diesen Ort hier. Das ist so diese Partyecke mit Barstow oben, Barstow unten, Eis, Gelato, alles drum und dran. Und Samstag und Freitag ist ja auf jeden Fall komplett Halligalli auf diesen Treppen. Da oben war die Penicillin-Bar, wo wir diese überkrassten Drinks hatten. Und dort hinten in dieser Seitenstraße verwirkt sich ein Burger-Restaurant, das wir empfohlen bekommen haben von Sanders mit dem Namen Der Diplomat. Eigentlich ist es eine Bar, kein Burger-Restaurant, sorry. Und die haben eben einen geilen Burger und den werden wir jetzt essen. Let's go. Sieht irgendwie schon so cozy aus von außen. Mit dem warmen Licht, man kann kaum reinschauen. Was ich dachte, muss man da klingeln oder wie steht's? Boah, die machen einfach keinen Spaß in Hongkong-Bars. Schaut euch mal diese Eiswürfe an, einfach da ist keine trübe Stelle, da ist einfach glasklar. Kristallklar, Diamantenklar, flawless. Und der Kollege schnitzt diesen Eiswürfel einfach zu, dass er gerade so nicht ins Glas reinpasst. Und damit ein bisschen drehen, fällt er genau ins Glas und füllt einfach den kompletten Radius des Glases einmal aus. So nice, einfach professional. Was für eine stylish, schöne, sleek, elegante, coole Bar. Wow. Auch wenn das Cocktailmenu sehr, sehr verlockend aussieht, bleiben wir heute mal auf jeden Fall bei mir und diesem Burger. Das wird schön zusammen passen und später schauen wir noch zu Penicillin. Penicillin, aber ohne uns. Wir sehen uns dann später wieder zum Abendessen, zum richtigen Abendessen. Peking Ente. Diese Ente, die wir jetzt dann später essen werden, die wird wahrscheinlich so ziemlich eines der geilsten Sachen, die wir jemals hatten. In diesem Sinne, auf Hongkong. Auf Sand. Auf Hongkong. We love you. Also wenn ich eine Sache nicht erwartet hätte, dann ist es in Hongkong, in einer so slicken Bar, den angeblich besten Burger der Stadt zu probieren. Der auf jeden Fall auch nicht schlecht aussieht. Er erinnert mich ein bisschen an Amboy, den wir in L.A. hatten. Und ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, so ziemlich das erste Essen, das wir in Hongkong essen, wo ich so mit Konfidenz reinbeißen werde. Und mit Konfidenz testen werde, wo ich sage, okay, jetzt schauen wir mal, was Hongkong drauf hat, so ein bisschen. Es sieht auch aus wie so ein klassischer Bar-Burger, oder? Da hat also da keinen fancy Schnickschnack. Smash-Burger sind einfach so simpler, klassischer, mit dickem Patty, schmelzig, gelbem, wahrscheinlich American Cheese. Käse. Und ja, auch dass die Pickles und Tomate an der Seite liegen, ist sehr, sehr cool. Boah, und ansonsten ist nichts drauf. Der Bun ist getoastet. Ah, hier ist ein bisschen Soße. Mayo vermutlich. Also wie er sich in der Hand anfühlt, ist richtig geil. Der Bun ist superweiß. Und das Patty auch. Da fühlt sich einfach perfekt medium rare an. Ich sag euch, wie es ist. Boah, diesen Biss, den werde ich so genießen jetzt. Deswegen kackt er sich so an. Der ist noch roh in der Mitte. Wir haben nicht irgendwie gestellt, oder? Nee, ich glaub, der gehört dann. Der ist auch geil. Das ist ziemlich der fleischigste Burger, den ich je gegessen habe. Der ist noch fast roh in der Mitte. Oder was heißt fast, der ist roh in der Mitte. Was ich eigentlich ziemlich geil finde gerade, weil er ist völlig schön saftig schmeckt. Salzig, Käse, perfekt. Soße merkt man kaum und vermisst man auch genau. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist da Gurken drauflegen. Deckel auf. Gurken drauf. Sehr gut getoastet, oder? Ja man, perfekt. Und auch geil, wie schön dünn die Gurken geschnitten sind. Schmeckt sehr gut, aber es fehlt noch so ein feiler Kick, oder? Und ich glaub, ich weiß noch was es ist. Weißt du Salz, oder? Nee, nicht unbedingt Salz. Innen drin schmeckt schon sehr fleischig auch. Ich weiß, schmeckt nur noch. Aber der flavor ist eigentlich da. Aber der ist sehr leicht gebraten. Du kannst auch auf dicke Patties, wenn die Schöne der Pfanne lang genug bleiben, kannst du sich eine geile Kruste entwickeln. Und diese Kruste fehlt. Bei dem Elmore, weißt du noch? Genau. Der hat so eine klasse Steak-Kruste. Genau. Diese Kruste fehlt. Eine Frage. Ist es ein bisschen rar in der Mitte? Das ist so stylisch. Ich mag es nicht. Ja, es ist ein japanisches Lacken. Also du willst nicht alles... Du willst es nicht ruinieren, natürlich. Natürlich, ja, ja. Es ist wirklich lecker, ich liebe es. Du magst es? Das ist schön, man. Das ist schön, das ist schön. Enjoy, man. Danke, man. Das macht das Ganze schon ein bisschen mehr so. Japanese Wagyu. Ein bisschen Brüste wäre das ja. Es fehlt einfach nur so ein Fleisch. Es schmeckt ein bisschen zu mild. Es geht ein bisschen zu sehr unter. Du brauchst nur ein bisschen mehr Power. Ansonsten, und vor allem finde ich das Boot geil. Ich bin auf Sesambuns haben Auszeigen. Das macht's. Tartaburger, ne? Einfach Beef-Tartaburger, so schmeckt's. Aber Wagyu, oder? Das hat er eh gesagt, das ist der Ende. Aber, ja, ich sag's so, wie es ist. Der Mann weiß, was er macht. Muss man ihm lassen. Alles hat geschmeckt, was er gezeigt hat bis jetzt. Schmeckt absolut überragend. Fleisch zerfällt alleine. Du musst nicht mal an den Zähnen haben. Erwachsene-Burger, so ein Gourmet-Burger. Der hat keine Dirtiness irgendwie. Boah, die Pommes, äh, die Pommes. Die schmecken gut. Das ist ein Gip für dich. 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 Ja, danke so. Happy International Cheeseburger Day! Okay, wirklich? Okay, okay. Okay, enjoy, Seth. Danke, danke. Cheers, guys. Auf den National Cheeseburger Day. Nico meint, dass es gerade heute 18. September National Cheeseburger Day. Und der Double Cheeseburger bei McDonald's kostet heute nur 50 Cent in den USA. Aber wir in Hong Kong, Bro. Salute. Okay. Hong Kong ist einfach ein Film. Ja, dieser Typ ist McDonald's. Herzlich willkommen bei einem Restaurant mit dem Namen... How do you pronounce it? Xin Rongji. Xin Rongji. Xin Rongji. Ich muss auch nochmal betonen, dass es in diesem Restaurant wahrscheinlich eine der leckersten Peking-Innen der Welt gibt. In Beijing hat das Restaurant drei Sterne, hier ein Stern. Ich kann das jetzt absolut empfehlen. Die Beilangen sind jetzt gerade an den Tisch gekommen. Wir haben in hauchdünn geschnittene, in hauchdünn Streifen geschnittene Gurke, Frühlingszwiebeln, etwas Rotes, was ich nicht kannte und gemacht ist aus Hagebutte. Die Peking-Empensauce, die Pflaumensauce und Zucker, den wir jetzt gleich brauchen werden. Los geht's. Wie kann das so glänzend und knusprig aussehen? Wird zuerst oben an der Brust die Haut abgemacht und wenn man auf einen extra Teller kommt, ist das Geistes, ist man direkt am Anfang mit Zucker. Und dann wird die Endzeit einfach mit höchster Präzision, Liebe, Sorgfalt, jahrelange Erfahrung auseinandergenommen. Das ist einfach so befriedigend zuzugucken, wie diese Ente zerlegt wird. Wenn du nicht interessiert, benutze deine Hand. Ich bin nicht interessiert. Schau, wie der Zucker schmilzt und sich auflöst. Das ist einfach nur Fett und Zucker. Und irgendwas erinnert mich das. Weißt du, was das erinnert? An Popcorn und Zuckerwatte. Es verschwindet die Zuckerwatte. Ja, ich war auch kurz bei Popcorn. Die Haut ist gefühlt voll dünn eigentlich. Also super einfach hauchdünn und so ein hauchdünnes Knuskern. Darunter ist so eine etwas dickere Fettschicht, die sofort schmilzt in deinen ganzen Mund einfach. Wie wenn du ein Stück Wagyu isst oder Butter mit Wärme füllst. Das ist so einzigartig. Also dieser Geschmack und diese Kombi ist einfach so special, you know. Das ist die chinesische Tortilla, die gesteamt wird. Fangen wir an mit der Soße. Dann zwei Stücke Entenfleisch. Würtchen und Frühlingszwiebel. Wow, wow, so delicious for this. Ich mache ja das so, dass diese Wrapper so dünn sind. I love it that they're so thin. They're just transporting what you're eating. I love that place. This is my boy and my favorite one. Alles was du schmeckst darauf ist einfach perfekt. Da gibt es nichts was stört. Ich habe gerade gesehen beim Zuschneiden, wie der Saft und der Juice aus dieser Ente rauskommt. Da ist nichts trocken in diesem Rap. Nichts. It's not too salty. Everything is on a low salt level. So you really taste it. Der schönste eigentlich, ich finde, ist, dieser Rap ist immer zwei Bisse, drei Bisse maximal. Und dann baust du dir wieder was Neues. Das heißt, du hast immer wieder ein neues Erlebnis. Das feiere ich irgendwann. Ja, das feiere ich auch extrem. Vor allem zieht das den Abend so ein bisschen in die Länge. Ja, das sind 12 von 10. Ich habe keine bessere Ente in meinem Leben gegessen. Ganz einfach. Man will auch einfach mal nur schmecken. Und so. Das hat irgendwas von, aber auch wieder irgendwas von Popcorn einfach. Oder diese Haut hat irgendwas. Very special. Und das ist auch 100 Prozent. Also, wo hätte ich auch jemals eine geilere Pekingente essen sollen. Können. Das ist 100 Prozent die beste Pekingente, die ich esse. Ich gegessen habe bis jetzt. Und ich würde auch wahrscheinlich sehr lang so bleiben. Noch mal ein dickes Dankeschön an Scalable Capital für die Unterstützung dieses Videos. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zur App. Unterstützt unseren Kanal und seid gleichzeitig, was Aktien und ETFs betrifft, in besten Händen. Kurs geht raus. Im Video ist das nicht der letzte Biss, oder? Nee. Hey, wenn ihr wischtet, Leute. Wenn ihr wischtet. Ich darf es nicht verraten. Das ist ein Geheimnis. Das größte Geheimnis landesweit. Das ist ein Geheimnis.